Wahlprüfsteine möchten wir Ihnen in unserer Sendereihe vorstellen. Heute ist die FDP zu Gast mit dem Konzept Klimaschutz durch technologischen Fortschritt. Unser Gast ist Dr. Lukas Köhler. Er ist klimapolitischer Sprecher der FDP-Fraktion. Dies ist eine Sendung des LEEs Regionalverband Münsterland. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Monheim am Rhein. Das ist Regierungsbezirk Düsseldorf wie Abitur gemacht. Was hat Sie dann an den schönen Rhein verschlagen? Meine Eltern. Meine Familie kommt ganz ursprünglich zum Teil aus Bayern und zum Teil eben aus dem wunderschönen Monheim am Rhein. Und da bin ich dann groß geworden. Und hat es Ihnen gefallen? Sehr. Müssen Sie jetzt auch sagen. Aber nirgendwo ist die Welt so schön wie am Rhein. Im Hintergrund sehen Sie Thomas Voss. Er ist Vorsitzender des LEEs Regionalverband Münsterland und Anton Wissing, er ist Mitglied im Vorstand. Nur, dass Sie Regularien wissen, die machen so ein bisschen Jury. Die haben rote, gelbe und grüne Karten, können sich dann melden. Nicht, dass ein Missverständnis entsteht. Wenn eine gelbe Karte gezogen wird, dann freuen Sie sich natürlich. Aber das heißt im Prinzip eigentlich nichts Gutes. Okay. So, jetzt geht es aber los. Sie sagen Klimaschutz durch technologischen Fortschritt und sagen Klimawandel ist ein globales Problem, das nur durch technologischen Fortschritt lösbar ist. Wir sagen ja, wir wollen Emissionen reduzieren, wir wollen auch Verbräuche reduzieren. Sie wollen die Technik ansetzen. Bill Gates hat es in seinem Buch gerade auch so ein bisschen geschrieben. Sie wollen es mit Technologie lösen. Ja gut, Bill Gates spricht ja viel über Atomenergie. Ich sage mal, in Deutschland ist das Thema im Moment zumindest keine Option. Und wenn sich in der Zukunft irgendwann mal der absolute Superreaktor entwickeln würde, den man einsetzen kann, kann man darüber nachdenken. Für uns ist das aber kein Thema. Für uns ist wichtiger zu sagen, dass wir ein klares CO2-Limit brauchen. Weil jeder technologischer Fortschritt, jede Entwicklung, jeder Fortgang, den wir ja in allen Bereichen der Entwicklung aktuell sehen, in der Geschwindigkeit, wie sich auch Kostenstrukturen verändern, all das kann nur dann unterstützt werden, wenn es einen klaren politischen Rahmen gibt. Und der politische Rahmen, der reizt dann wiederum durch die Marktwirtschaft, Innovation, Fortschritt an. Das ist unser Grundkonzept. Wir haben ja in Deutschland das Erhörbare-Energien-Gesetz. Die FDP möchte am liebsten damit Schluss machen. Ihr Instrument ist der Emissionshandel. Genau. Wir wollen erstmal vor allen Dingen ein hartes CO2-Limit einführen. Das sinkt jährlich ab, wird also immer die Emissionsmenge, die zur Verfügung steht, wird jährlich weniger, bis wir bei Netto-Null rauskommen. Und alles, was unterhalb dieses Budgets existiert, das wird in den freien Kräften des Marktes quasi verteilt. Nämlich, wenn ein Unternehmen CO2 ausstoßen möchte, dann braucht es für die Menge, die es ausgestoßen hat, immer ein entsprechendes Äquivalent an Zertifikaten. Wenn es die verbraucht, dann okay. Wenn es aber seine neue Technologie einsetzt, wenn es mehr Erneuerbare einsetzt, wenn es sozusagen besser wird in der Reduktion von CO2, dann bleiben Zertifikate übrig. Die können am Markt gehandelt werden und dadurch bildet sich ein CO2-Preis. Und zwar der immer effizienteste. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz war eine gute Idee. Als es eingeführt wurde, war es sicherlich dafür gesorgt, dass erneuerbare Energien schnell günstiger wurden, der Skaleneffekt auch weltweit mitgenommen wurde. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Aber in einer Welt, in der wir deutlich über 50% Erneuerbare im Netz haben, ist ein EEG von vorgestern. Das ist kein Gesetz der Zukunft mehr. Genauso übrigens wie auch CO2-basierte Kraftstoffe ja keine Zukunft mehr haben. Nun, den Emissionshandel, den europäischen Emissionshandel gibt es ja schon. Wir kommen sogar auf nationale CO2-Preise. Von nationalen CO2-Preisen und sogar vom europäischen Emissionshandel halten Sie eigentlich gar nicht so viel. Sie wollen China mit einbeziehen. Sie sagen, es muss eigentlich einen weltweiten Emissionshandel geben. Genau, das ist die optimale Welt, in der wir ein einheitliches Emissionshandelssystem haben, weltweit, das dafür sorgt, dass wir auch die gleichen oder vergleichbare internationale Preise haben. Der Vorteil wäre, dass wir das Pariser Abkommen sozusagen auf jeden Fall und abgesichert einhalten, weil das ist der große Vorteil einer Mengensteuerung wie eines Emissionshandels, dass Sie sicherstellen können, dass Sie die Klimaziele einhalten. Und dann natürlich über diese Verteilfunktion des Marktes dafür sorgen, dass es auch möglichst günstig wird. Aber uns ist klar, dass das eine tolle Vision ist, eine Zukunftsvision, mit der wir Klimaschutz umgesetzt haben und dann Leute wie ich, Klimapolitiker, keine Fragen mehr zu klären haben oder nur noch Randfragen, technische Details lernen müssen. Aber natürlich eine Zukunftsvision. Das heißt aber, wir müssen in Deutschland und Europa schnell sein. Wir müssen beweisen, und das ist das Spannende, wir müssen beweisen, dass es geht, mit einem Emissionshandel CO2-Minderungen zu erzeugen und dabei nicht die Wirtschaft zu verlieren, dabei nicht die soziale Frage zu vernachlässigen, nicht dafür zu sorgen, dass uns die Menschen aufs Dach steigen und wir die Akzeptanz verlieren. Wenn wir das hinbekommen, und das zeigt der europäische Emissionshandel in Industrie und Energie, wo er gerade wirkt, sehr deutlich wirkt, perfekt wirkt, bereits, dass das funktioniert. Wir müssen den aber jetzt ausweiten. Ein Instrument, das so gut funktioniert, muss ausgeweitet werden auf den Verkehr, auf die Landwirtschaft, auf die Gebäudesektoren, um da möglichst deutliche Signale zu setzen, vor allen Dingen aber die Lenkungswirkung umzusetzen. Ja, Sie sagen, das funktioniert so gut, aber Sie kennen ja das Argument, dass wir sagen, der europäische Zertifikatehandel, Emissionshandel, den wir haben, hat ja eigentlich nicht so gut funktioniert, unter anderem, weil einfach viel zu viel Verschmutzungsrechte im Markt waren und wir die CO2-Preise, die die Zertifikate längst haben sollten, überhaupt nicht erreicht haben, sodass die Verschmutzungsrechte viel zu billig sind. Eigentlich funktioniert der europäische Emissionshandel ja gar nicht so richtig. Also von Wissenschaftlern kenne ich das Argument nicht, das stimmt, aber man hört es im politischen Kontext ab und zu mal, dass das vorgetragen wird. Aber de facto ist das ja nicht, also es ist ja relativ einfach zu entkräften. Der Emissionshandel tut eine Sache, der gibt eine Menge vor. Er sagt, wie viel CO2 darf ausgestoßen werden. Der sagt nicht, wie hoch der Preis sein muss, um das zu erreichen. Im Emissionshandel ist es sogar sinnvoll, niedrige Preise zu haben, das heißt und zeigt, dass wir gut sind. Der Emissionshandel musste bis 2040 europaweit 21 Prozent reduzieren. Geschafft hat er 27 Prozent in seinen Bereichen. Wenn wir das mal vergleichen mit den Bereichen, wo wir keine CO2-Bepreisung haben, Verkehr, Wärme, dann haben die Bereiche alle ihre Ziele nicht oder nur sehr knapp am Schluss durch Corona erreicht. Der Emissionshandel hingegen, da wo er wirkt, hat er perfekt funktioniert. Und das ist nicht meine Meinung, das ist die wissenschaftliche Meinung aller Ökonominnen und Ökonomen von Leuten wie Edmar Edenhofer am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung hin zum IFO-Institut, aber auf europäischer Ebene genauso. Der Emissionshandel schafft, das Argument kennen Sie auch, aber erstmal keine Anlagen für die Produktion erneuerbarer Energie. Und die brauchen wir ja dringend und das hat das EEG in Deutschland ja geschafft, dass wir tatsächlich Anlagen gebaut haben. Also der Emissionshandel ist ein Handel, damit ist keine Photovoltaikanlage, damit ist kein Windrad gebaut, damit ist keine Biogasanlage entsteht. Es ist ein reines Handelskonzept, die Anlagen müssen ja auch entstehen. Also, dass das EEG selber Anlagen baut, hätte ich jetzt noch nicht gesehen gehabt, aber es sorgt halt für einen Preisanreiz, da haben Sie recht. Es sorgt dafür, dass ich kalkulierbar weiß, wie meine Einnahmen sind. Ein Emissionshandel, ein CO2-Preis, sorgt ja auf der anderen Seite dafür, dass ich weiß, wie teuer meine anderen Energien sind. Nehmen wir uns das Beispiel Braunkohle. 2019, wir reden gar nicht von den 55 Euro, auf denen wir jetzt schon im Emissionshandel sind, gerade aktuell, sondern wir reden von so 35 Euro. Das war 2019, Anfang, die ersten drei Monate. Da haben wir gesehen, dass 15 Prozent der Braunkohle nur deswegen aus dem Netz gegangen sind, weil der Preis zu hoch war. Das heißt, ab 35 Euro, wie gesagt, wir sind gerade bei 55, gehen schon viele, viele Kraftwerke aus dem Netz. Jetzt gerade aktuell würden gerne noch mehr aus dem Netz gehen, aber wir haben einen zweiten Teil des Ausbaus der Erneuerbaren leider verschleppt. Und das ist zum einen, oder zwei weitere Teile verschleppt. Das eine ist der Stromnetzausbau, also die Geschwindigkeit, wie wir zubauen. Zum Beispiel die Trassen von Nord nach Süd. Und das zweite ist die Speicherfähigkeit. Ich glaube, es war richtig und gut, dass wir in den Skalen jetzt so weit sind, dass Solarenergie, dass Windkraft so günstig am Netz verfügbar ist. Die neuen Anlagen, nicht die von vor 20 Jahren. Aber die neuen Anlagen sind so günstig, dass sie jetzt den Strompreis bestimmen. Aber wir müssen jetzt darüber nachdenken, wenn wir bei 65, 70, 80 Prozent erneuerbar sind, wie versorgen wir uns langfristig? Wie speichern wir das? Wie gehen wir mit einer wirklichen Sektorkopplung, einer richtigen Energiewende in allen Bereichen, in der Primärenergie? Und das sind die Fragen, die geklärt werden müssen, damit wir jetzt den Ausbaufahrt noch weiter hochkriegen. Und das ist die Frage, die wir jetzt den Ausbaufahrt noch haben, die wir jetzt den Ausbaufahrt noch haben. Bei uns im Letterbruch entsteht gerade einer der größten Windparks in Nordrhein-Westfalen. Wir sind als MWG verbunden mit den Stadtwerken aus Coesfeld und Borken ganz besonders stolz, dass wir hier durch so konkretes Handeln vor Ort überzeugen können. Sie sehen, dass hier entstehen gerade 13 Windkraftanlagen und die Energie, die wir hier erzeugen, wollen wir natürlich auch für die Bürger vor Ort verfügbar machen. Es gelingt uns insbesondere deshalb, weil wir zwei starke Städte hinter uns haben, die das Thema mit uns voranbringen. Und weil wir Kunden haben, die auch verstehen, dass man mit regionalem Engagement auch am meisten für die Energiewende vor Ort leisten kann. Ich freue mich, dass wir hier in Coesfeld regionalen und vor allen Dingen erneuerbare Energien herstellen. Und zwar in so einem Ausmaß, dass wir als Stadt Coesfeld jetzt hier bilanziell stromautark sind. Ja, hier an den Windkraftanlagen können wir einfach sehen, wie wir im MWG-Verbund die Investitionen auch für die Netze ermöglicht haben, sodass man regenerative Energien, wie wir hier mit dem Windkraft haben, anschließen kann. Dadurch, dass wir hier entsprechend beteiligt sind, haben wir die Möglichkeit, uns mit regionalem Strom durch Windkraft erzeugt auch zu versorgen. Unsere Stadtwerke werden diesen Strom anbieten unter dem Slogan Mein Stadtwerke Strom Regio. Aus der Heimat für die Heimat. Diese Sendung wird ja präsentiert vom Landesverband Erneuerbare-Energie-Regionalverband Münsterland. Dessen Vorsitzender ist Thomas Voss. Herr Voss, was macht eigentlich der LEE? Der LEE setzt sich in NRW, aber auch darüber hinaus im Bund dafür ein, dass die erneuerbaren Energien weiter ausgebaut werden können, dass die Unternehmen in der Region in NRW weiter wachsen können und die Energiewende voranbringen. Es gibt ja verschiedene Verbände, die sich um den Ausbau der Erneuerbaren bemühen. Sie setzen ja eine sehr regionale Spezifik. Das heißt, Sie versuchen in der Region zu vernetzen, um sozusagen die Energiewende nicht nur politisch einzufordern, sondern auch innerhalb von Wirtschaftsunternehmen irgendwie zu verbinden und gemeinsam zu organisieren. Also Sie sind schon sehr unternehmerisch orientiert. Ja, das stimmt. Und im Vergleich zu vielen anderen erneuerbaren Energienverbänden verbinden wir diese drei Technologien oder noch mehr Technologien, alle Technologien der erneuerbaren Energien. Wir sind also kein Verband, der sich nur auf die Windenergie oder Ähnliches konzentriert, sondern über alle Technologien hinweg und genau dort die Unternehmer auch im regionalen Zusammenhang stärker vernetzt, um da Energien zu ziehen. Ja, die Energiewende, meine Damen und Herren, findet ja leider nicht in den Großstädten so richtig statt, sondern sie findet in der Region statt. In den Großstädten oder Hauptstadt wie Berlin werden vielleicht die Gesetze gemacht, aber die Umsetzung ist etwas, was regional vor Ort gemacht wird. Wir haben gerade gesagt, der LEE ist sehr gut in der Wirtschaft vernetzt, organisiert das. Hat sich eigentlich bei den Gewerbetreibenden im Münsterland hinsichtlich des Bewusstseins, Eigenenergie zu produzieren und zu nutzen, in den letzten ein, zwei Jahren etwas verändert? Oder steckt das dann noch in den Kinderschuhen? Mein Eindruck ist, dass im Münsterland die erneuerbaren Energien immer schon sehr im Fokus sind, in der Gesellschaft und natürlich dann auch in den Unternehmen. Und mit wechselnder Gesetzgebung und unterschiedlichen Marktgefügen wird es jetzt natürlich auch für Unternehmen in der Region immer interessanter, auf eigene Energieerzeugung zu setzen. Kurz zum Münsterland. Ist ja Nordrhein-Westfalen, aber da denkt man immer Nordrhein-Westfalen, das ist Kohle, jetzt noch die Braunkohle, früher die Steinkohle. Aber das Münsterland, das hat sich ja nie als Kohleland begriffen. Absolut nicht. Es gibt ein Kohlekraftwerk in Ippenbüren, aber das Münsterland ist, glaube ich, in den letzten 20 Jahren schon Vorreiter, was die erneuerbaren Energien angeht, was auch eine akzeptierte Energiewende vor Ort angeht, mit Bürgerbeteiligung etc. Und ich glaube, das Münsterland wird Stück für Stück immer mehr dazu führen, die Energieversorgung mit für das gesamte Industrieland NRW bereitzustellen. Wir machen in unseren Sendungen Wahlprüfsteine. Wir stellen die verschiedenen politischen Parteien vor. Wir haben ja früher immer NRW so als Herzkammer der SPD gesehen. Aber im Münsterland haben wir doch sehr, sehr viele CDU-Bürgermeister. Es ist doch sehr, sehr stark konservativ geprägt. Ist es ein Unterschied, ob ein Landstrich konservativ geprägt ist oder Nordrhein-Westfälisch, Herzkammer-SPD-mäßig an der Kohle hängt in Richtung Energiewende? Ich glaube, bundespolitisch macht es schon einen Unterschied, wie es dann geprägt ist, dass Münsterland die kurzen Wege dort vor Ort zu Bürgermeistern, egal welcher Couleur, und der enge Austausch ermöglicht da immer Fortschritt, weil gesehen wird, was die Erneuerbaren für die Region erreichen können, für die Wirtschaft vor Ort. Und da spielt diese CDU-starke Wahl nicht die große Rolle. Es gibt Regionen, da ist es natürlich anders, Kommunen, Gemeinden, wo das dann stärker geprägt ist, dass es da schwieriger wird mit erneuerbaren Energien. Aber im Großen und Ganzen sind die Erneuerbaren in dieser Region als wertvoll angesehen, egal, welche Partei dort regiert. Unser Schwerpunkt in der Sendung ist ja so ein bisschen Windenergie. Windenergie, nun pauschal von außen betrachtet, würde man sagen, naja, NRW als Windenergie-Land ist ein bisschen sehr ambitioniert, aber zumindest was das Münsterland angeht, muss man sagen, das stimmt nicht. Es gibt sehr viel Windenergie im Münsterland. Genau, das ist richtig. Der Windenergie-Ausbau ist in verschiedenen Stufen im Münsterland erfolgt. 2000 ganz die ersten großen Parks, die entstanden sind. In den letzten sechs, sieben Jahren sind dann weitere effizientere Anlagen gebaut worden. Und jetzt kommt die nächste Phase, wo die Altanlagen aus der Förderung rausfallen und wo jetzt repowered wird. Also versucht wird zumindest, Altanlagen, dort neue Anlagen hinzusetzen, sofern das möglich ist mit den aktuellen Kriterien, die dann das Land NRW dort auch setzt, was es nicht einfach macht, diese Anlagen zu repowern. Und weswegen sich viele mit dem Thema weiter nach der Förderung beschäftigen müssen. Aber Windenergie spielt schon immer eine große Rolle im Münsterland. Repowering, was nicht ganz einfach ist, ist ja sehr vornehmbar von Herrn Voss formuliert. Denn wir haben ja in der letzten EEG-Novelle die Situation gehabt, dass ursprünglich die Bundesregierung eine Abstandsregelung für Windenergieanlagen ins EEG reinschreiben wollte. Das ist verhindert worden. Und dann hat man gesagt, komm, das machen wir jetzt in den Ländern. Und wups, das Problem ist in NRW, ist sowas ja im Prinzip auch, Abstandsregelung. Und das ist ja nicht ein großer Punkt des LEEs, wo man sagt, wenn wir ausbauen wollen, wenn wir repowern wollen, muss die Abstandsregelung weg. Genau, wir müssen die Möglichkeit haben, dort eigene Konzepte zu finden. Das Münsterland ist sehr zersiedelt. Das heißt, wir haben nicht diese großen freien Flächen wie in anderen Regionen in Deutschland, sondern wir haben immer wieder mal eine Hofstelle in der Nähe. Und da müssen wir die Möglichkeit haben, und das hat in der Vergangenheit auch gut geklappt, in Gesprächen mit den Anwohnern vor Ort dort Lösungen zu finden, wo alle mit zufrieden sind. Und eine pauschale Abstandsregelung ist da aus unserer Sicht nicht der richtige Weg, um die Akzeptanz zu schaffen. Denn im Münsterland sieht man, dass man auch mit geringen Abständen Akzeptanz bei den Bürgern vor Ort schaffen kann. Also das ist aus unserer Sicht nicht der richtige Weg. Ja, das Thema Akzeptanz ist ja ein sehr wichtiges Thema. In der Öffentlichkeit wird immer der Eindruck vermittelt, sobald eine Windenergieanlage gebaut werden soll, gibt es massiven Bürgerwiderstand. Das wird auch sehr, sehr stark getriggert. Das wird berichtet. Anfangs war ja so, vor 20 Jahren war die Windenergie sehr gut beleumundet. Man hat meiner Meinung nach sehr, sehr viel getan, um Windenergie schlecht zu beleumunden. Wenn Sie in Münsterland gehen, also bei den Projekten, die ich kenne, ist es in Münsterland nicht so gewesen, dass die Bürger groß gegen die Energiewende auf die Straße gegangen sind. Genau, im Großen und Ganzen ist es so, dass die Bürger mitgenommen wurden von den Akteuren, die häufig dann aus der Landwirtschaft vor Ort kamen. Also die Flächeneigentümer, die gesagt haben, wir schieben diese Projekte jetzt selbst an. Ein Beispiel ist Anton Wissing, der auch hier im Gespräch ist. Und wir nehmen die Bürger vor Ort mit und schaffen so die Akzeptanz. Und so können dann Bürger, größere Bürgerproteste verhindert werden. Sondern die Bürger sind begeistert. Das schönste Beispiel, was ich kenne, ist aus dem Steinfurterraum, wenn man da sagt, Bürgerproteste, das gibt es da nicht. Wenn da mal irgendwo eine Trafo-Tür oder so offen stehen sollte von einem Windrad oder ähnliches, dann rufen die Bürger, die vor Ort sind, an und bei dem Windpark an und sagen, da stimmt irgendwas nicht. Alle definieren das als ihren eigenen Windpark vor Ort und leben diese ganze Energiewende und diese Windenergie im Prinzip mit. Wenn man sich das Münsterland anguckt und sich anschaut, wie viel regenerative Energie produziert wird, vor allem auch durch Wind, dann ist das Münsterland locker zu 100 Prozent regenerativ versorgt. Genau. Einige Kommunen und Kreise, da geht es dann noch drüber hinaus. Was steht denn in Zukunft an Planung für Windenergie im Münsterland an? Genau. Das große Thema ist jetzt das Thema Repowering. Das beschäftigt viele. Repowering hat den großen Vorteil, dass die Anlagen, dort stehen schon Anlagen, die Bürger vor Ort haben sich daran gewöhnt, sie kennen das Thema Windenergie. Und auch wenn die Anlagen jetzt etwas höher sind und größer, ist die Akzeptanz trotzdem schon da. Und das ist das große Thema, mit dem wir uns im Münsterland jetzt beschäftigen, zu gucken, dass wir die alten Anlagen modernisieren können, dort weiterkommen und so dann auch die Leistung und die Betriebsstunden der Anlagen erhöhen können und dann einfach mehr Energie erzeugen können, mehr saubere grüne Energie. Wenn Sie Repowering machen wollen, fangen Sie dann das Genehmigungsverfahren wieder ganz von vorne an? Ja. Im Wesentlichen ist es so, dass man dann die Anlagen neu genehmigen muss. Das ist natürlich sehr mühselig und macht es auch diesen kleineren Akteuren nicht so leicht. Wir haben auch mit dem EEG das Ausschreibungsmodell für Windparks bekommen, wo die Windparks an dieser Ausschreibung teilnehmen müssen. Die müssen also erstmal hohe Risiken vorher eingehen, müssen die Genehmigung für diese neuen Projekte bekommen, müssen dann in die Ausschreibung gehen mit dem Risiko, dass sie dort keinen Zuschlag kriegen. Das mag für große Unternehmen ein kalkulierbares Risiko sein, weil es über die Menge gestreut wird. Für kleinere Projektierer oder die Bürger vor Ort, die dann wirklich im Münsterland die Energiewende voranbringen wollen, für die wird es natürlich deutlich schwieriger, weil die Risiken einfach steigen. Das ist ein Hemmnis beim Ausbau der erneuerbaren Energien, weil es tatsächlich dadurch auch die Akzeptanz gefährdet. Viele Zuschauer und Zuschauerinnen kennen sich mit Windenergie aus, weiß ich. Und Windenergie befindet sich in der Ausschreibung. Um das mal kurz zu beschreiben, das ist ein großes Problem für Bürgerenergie-Windanlagen, weil früher konnte man sozusagen einen Bürgerwindpark beantragen, hat ihn genehmigt bekommen, hat gesagt, hier ist eine Fläche vorgesehen. Oder man sagt, okay, hier können wir was machen, ist man in die Planung gegangen, hat Geld gesammelt, hat das gebaut. Das Verfahren ist geändert worden. Jetzt muss man sich sozusagen in einer Ausschreibung beteiligen. Das heißt, man muss die ganze Planung, die ganze Organisation, alles vorher machen und hoffen, dass man die Ausschreibung gewinnt. Wenn man die Ausschreibung nicht gewinnt, kann man kein Windrad bauen. Und das hat die Genossenschaften natürlich extrem unter Druck gesetzt, setzt sie extrem unter Druck, weil sie natürlich das ganze Geld, den ganzen Aufwand vorher investieren müssen und gar nicht wissen, ob das überhaupt sozusagen dann gemacht werden kann. Das, Herr Forst, ist wirklich ein Riesenhemmschuh für Bürgerenergie-Genossenschaften. Genau, und damit für die Akzeptanz. Dieses Ausschreibungsmodell ist ursprünglich ja eingeführt worden, um Akzeptanz zu schaffen, um die hohen Kosten zu senken, die Erneuerbare erzeugen durch die EEG-Umlage. Aber aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht führt das nicht zu einer höheren Akzeptanz, diese Ausschreibung und die Kostensenkung. Es geht darum, die Bürger vor Ort mitzunehmen und das wird dadurch immer schwieriger und macht es großen Akteuren, die dann aus der Ferne quasi diese Windparks verwalten, die zum Teil Gewerbesteuer aus den Regionen rausziehen, dann deutlich leichter. Wir hatten in der letzten Sendung, muss ich noch kurz ansprechen, auch das Thema Bioenergie gehabt. Auch das spielt in Münsterland eine Rolle, aber es ist nach der aktuellen Gesetzgebung, was gerade läuft, kann man eigentlich Bioenergie nicht ausbauen. Wie ist die Position vom LEE dazu? Sagt man, wir wollen trotzdem Bioenergie mehr ausbauen oder nur als Spitzenlast zur Verfügung haben? Wie nähert sich der LEE im Regionalverband Münsterland dem Thema Bioenergie? Bioenergie ist im Münsterland auch schon seit Jahren, Jahrzehnten ein wichtiger Baustein. Es gibt viele kleinere, aber auch größere Biogasanlagen in der Region. Wir sind eine Veredelungsregion landwirtschaftlich gesehen und haben dort viel Gülle etc., die verwertet werden kann in Biogasanlagen. Bioenergie ist eine teure Energieform, hat aber ihren Sinn und ihren Zweck in bestimmten Bereichen, wie Ausgleich von Netzschwankungen etc. und auch der sogenannte Faktor der Sektorenkopplung. Also die Wärmebereitstellung wird heute schon durch Bioenergie in vielen Bereichen gemacht. Es werden kommunale Gebäude mit Nahwärme versorgt aus Biogas, BRKWs etc. Aber auch die Mobilität ist ein Thema, was in Zukunft immer wichtiger wird und wo Biogas direkt schon die richtige Form der Energie zur Verfügung stellt für bestimmte Bereiche wie Schwerlastverkehr etc. Wir machen ja diese Sendung im Rahmen des Bundestagswahlkampfes mit den Wahlprüfsteinen. Ich sagte es ja schon, worum geht es? Es geht um die Zukunft des Ausbaus der Erneuerbaren, es geht um Klimaschutz, es geht hier in dieser Sendung vor allen Dingen um die Rahmenbedingungen, die wir benötigen, um die Erneuerbaren ausbauen zu können. Wir haben es in der Auftaktsendung schon gesagt zu dieser Reihe, es nutzt uns nicht zu sagen, wir wollen 600 Prozent regenerative Energie im Netz haben und noch ambitionierter, sondern es geht darum, dass wir das Ganze realistisch, realisierbar, ausbaubar machen müssen und genau daran hakt es. Welche Stellschrauben würden Sie sich beim LEE wünschen, dass die hier in Berlin oder auch auf Landesebene, es wird ja in Nordrhein-Westfalen gerade ein Klimaschutzgesetz diskutiert, an welchen Stellschrauben muss, wie gedreht werden, damit der Ausbau der Erneuerbaren im Münsterland richtig vorangetrieben werden kann? Also ein großer Hemmschuh ist, wie wir jetzt vorhin schon sagten, der Bereich der Genehmigung, die Abstandsregelungen und ähnliches. Das ist das, was im Moment sehr viel Zeit kostet, wo es gerade klemmt, auch das Ausschreibungsmodell für kleinere Parks. Es gibt von der EU die De Minimis-Regelung, die sollte genutzt werden, um es kleinen Akteuren dort leichter zu machen und die Bürger vor Ort mitnehmen zu können. Das sind wichtige Punkte für den Ausbau der Erneuerbaren. Zu dem Ausbau der Erneuerbaren gehört aber letztendlich auch, dass die Erneuerbaren nicht weiter schrumpfen. Durch den Wegfall der Förderung kann es dazu führen, dass Anlagen einfach abgebaut werden müssen, weil der Betrieb nicht mehr wirtschaftlich ist im aktuellen Strommarktdesign. Und deswegen ist es ein wichtiges Ziel der Bundesregierung, dort das Strommarktdesign entsprechend zu ändern, dass erneuerbare Energien einen fairen Markt haben, wo sie ihre Stärken ausspielen können. Wir wollen zu 100 Prozent erneuerbaren Energien im Stromsektor kommen. Da können wir nicht in einem System leben, was noch auf konventionelle Kraftwerke, auf steuerbare Kraftwerke, die in Grundlast laufen, ausgerichtet ist, sondern wir müssen dahin kommen, dass wir die Last entsprechend auch an die Erzeugung anpassen. Wir haben in der letzten Sendung das Thema Bürokratie gehabt. Das steht sicherlich auch auf Ihrer Agenda, dass wir wirklich in all diesen Bereichen bürokratische Vereinbarungen benötigen. Genau, das betrifft, wie gerade gesagt, die Genehmigung und die Projektierung. Das betrifft aber dann auch den Betrieb letztendlich. Wir haben es immer wieder, dass wir neue Aufgaben kriegen im Betrieb. Ganz aktuell das Thema Redispatch, wo kleinste Anlagenbetreiber, also ab 100 kW, sich Lösungen überlegen müssen, wie sie diese Meldepflichten erfüllen können, wo immer wieder neue Herausforderungen auf die Betreiber zukommen. Das mag funktionieren für große Akteure, für kleine Akteure, wie das bei uns im Münsterland der Fall ist, ist es einfach ein wahnsinniger Mehraufwand. Das Münsterland hat viel Anlagenbetreiber, die quasi nach Feierabend Anlagenbetreiber sind, die eigentlich einen anderen Job haben. Und diese Bürokratie, die dort immer weiter aufgebaut wird, am schlimmsten ist es im Bereich Biogas, die ist dann irgendwann nicht mehr zu stemmen und hemmt dann wieder den Ausbau. Darüber haben wir auch in der letzten Sendung gesprochen, dass für die Betreiber solcher Anlagen sich die gesetzlichen Vorgaben oder die regionalen Vorgaben ständig ändern, die tatsächlich Auswirkungen auf den wirtschaftlichen Betrieb der Anlagen haben. Und wenn ich dann Anlagenbetreiber bin, dann denke ich, oh, das jetzt wieder, das wieder, das wieder, das wieder. Und es ist tatsächlich so, dass Veränderungen in den Betrieb dieser Anlagen, die sogar in die Unwirtschaftlichkeit treiben können. Ja, definitiv. Das Ganze muss abgearbeitet werden. Das kostet Geld. Es gibt teilweise Regelungen, die gar nicht mehr umzusetzen sind. Ich höre es immer wieder von Biogasanlagenbetreibern wieder in diesem konkreten Fall, auch wenn der Schwerpunkt der Sendung auf Wind liegt. Aber dass es Regelungen gibt, wo völlig unklar ist, wie die überhaupt erfüllt werden können. Also die Betreiber werden da teilweise in Situationen gebracht, wo sie sich gar nicht mehr rechtskonform verhalten können, weil keiner weiß, was ist rechtskonform. Ja, wir reden ja immer viel von der Photovoltaik, weil die sich so leicht auf die Dächer installieren lässt, weil sie sehr preiswert ist. Wir müssen aber sagen, dass die Windenergie in ihrem Potenzial enorme Möglichkeiten bietet, die Energiewende in der Bundesrepublik durchzusetzen. Herr Voss hat es gerade gesagt, wir brauchen da gerade mal dieses Repowering besonders, weil da können wir gewaltige Kapazitäten gewinnen. Wir brauchen noch neue Windräder, aber das ganz große Potenzial ist tatsächlich dieses Repowering. Im Münsterland auf jeden Fall, ja. Da steckt das große Potenzial, weil in den letzten Jahren dort schon viel gemacht werden konnte. Das EEG hat letztendlich ja auch das Ziel gehabt, Technologien voranzubringen, wirtschaftlicher zu machen, Effizienzvorteile zu schaffen. Das haben wir im Bereich Windenergie in den letzten Jahren massiv gehabt. Die Anlagen werden immer leistungsfähiger, haben immer höhere Volllaststunden. Damit wäre das Ziel oder ein wichtiger Schritt des Ziels des EEGs ja schon erreicht. Aber jetzt stoppen wir das Ganze und sagen, diese neuen Anlagen, die wollen wir eigentlich gar nicht mehr haben. Wir bleiben bei diesen alten, relativ ineffizienten Anlagen und nutzen nicht das Potenzial, was wir haben. Und das ist aus meiner Sicht fahrlässig. Wir haben ja hier in der Sendung viele Kandidaten aus Nordrhein-Westfalen, aus dem Münsterland, die wir präsentiert haben, die wir noch präsentieren werden. Der LEE ist mit all diesen Kandidaten, ist mit vielen Entscheidungsträgern im Gespräch. Inwieweit nehmen die quer durch die Parteien ihre Anregungen eigentlich aus der Region auf? Auf? Transportieren das hoch? Oder müssen Sie sagen, wir stellen fest, dass die willigen Abgeordneten, die willigen Kandidaten letztlich an der großen Politik der Bundesregierung, die alles andere ist als eine Energiewendepolitik, dann doch scheitern und nichts bewegen können? Wie sind denn da so Ihre Erfahrungen, Verbesserungen, Veränderungen durchsetzen zu können als Verband? Also in der Vergangenheit ist es schwer gewesen, wirklich große Veränderungen zu erzielen mit der Politik. Die Abgeordneten sind häufig willig, betonen immer, wie wichtig der Klimaschutz ist und der Ausbau der erneuerbaren Energien. Aber dann sind es nur kleine Stellschrauben, die man tatsächlich dann nochmal hier und da verbessern kann für die einzelnen Technologien in den Gesetzen. Aber diesen großen, den großen Wurf, dass wir jetzt mal wirklich wieder ins Rollen kommen und den Ausbau der Erneuerbaren wirklich jetzt voranbringen, das ist nicht zu erreichen. Da sieht es häufig nach Lippenbekenntnissen der Politik aus. Viele größere Akteure interessieren sich für die Energiewende und auch für die Eigenenergieversorgung, zum Beispiel auch auf den Betrieben die Möglichkeit zu nutzen, Eigenenergie zu produzieren. Das ist noch mein kleiner Tipp hier für die Unternehmen, für die Organisationen, die das machen wollen. Auch das ist der LEE. Er verbindet, er vernetzt, er bietet Expertise. Wenn Sie also auf Eigenenergie setzen wollen, dann ist der LEE tatsächlich ein guter Ansprechpartner, um Wissen transferieren zu können. Genau. Es ist, wie wir vorhin schon sagten, es wird immer unübersichtlicher in der Energiewirtschaft im Bereich der erneuerbaren Energien. Und da ist ein Partner, der einen informiert, als Anlagenbetreiber, sehr viel wert. Und das merkt man immer wieder, dass es Anlagenbetreiber gibt, die über andere Wege mitbekommen, weil sie noch an einem Windpark beteiligt sind oder so, dass für ihre PV-Anlage irgendwas Wichtiges entschieden wurde. und ich muss jetzt was tun. Aber es gibt keinen Kanal und da kann der LEE auf jeden Fall unterstützen. Der LEE informiert regelmäßig mit Mailings über aktuelle Entwicklungen und da ist das definitiv ein Mehrwert. Der Austausch mit anderen Beteiligten, mit Unternehmen, aber auch mit anderen Betreibern ist aus unserer Sicht, so funktioniert das Münsterland, sowieso immer Gold wert. Und ich kann es nur empfehlen, den LEE da Mitglied im LEE zu werden. Ja, wir haben ja hier ganz interessant schon viele interessante Protagonisten aus dem Münsterland gehabt. Die sind ganz unterschiedlich, die sind ganz bunt, die sind alle total engagiert. Die Energiewendebewegung ist bunt und sind auch im LEE, im Münsterland dort vereinigt. Herr Voss, wie sind Sie denn in die Fänge der Energiewende geraten? Wie ich? Ach Gott. Ich habe Energie studiert letztendlich, Wirtschaftsingenieurwesen, Energietechnik und bin dann vor Ort, ich habe in Steinfurt studiert, wo ich auch geboren wurde und bin dann vor Ort über einen Studentenjob in ein Unternehmen gekommen, wo es um das Thema Biogas ging und bin da immer weiter in das Thema Vermarktung von Energie gerutscht und bin jetzt so Stück für Stück auch eigentlich durch fast alle Technologien einmal durchgewandert, sodass sich dann ein Verband wie der LEE eigentlich naheliegend ist, der sich mit diesen Technologien beschäftigt, wo man dann alles gemeinsam denkt. Wir haben das in der Sendung mit Herrn Krischer schon gehabt, dass die Vorgaben, haben wir auch gerade schon wieder besprochen, sich ständig verändern für die Wirtschaft sozusagen, dass gar nicht planbar ist, was jetzt eigentlich kommt. Dann gibt es neues Gesetz, mal dürfen wir Biogas machen, dann wieder nicht, dann dürfen wir Wind machen, dann wieder nicht, Photovoltaik, dann kommt plötzlich die Freifläche, dann wieder nicht und so weiter. Sind Sie denn sicher, dass Ihre berufliche Entscheidung richtig ist, sich mit diesem diversen Thema, was so viel politischen Ärger macht und so viel Widerstände hat, überhaupt hineinbegeben zu können? Oder wäre so ein schöner Maschinenbauingenieur, der so einen Motor für Daimler-Benz entwickelt, nicht viel schöner gewesen? Also ich glaube, einen Motor für Daimler-Benz zu entwickeln, da würde ich mir jetzt im Moment mehr Sorgen machen um meine berufliche Zukunft. Gut geantwortet. Es ist schwierig, aber ich glaube, es ist definitiv die Zukunft, egal wer, was da jetzt kommt und auch wenn es vielleicht mal schwieriger werden sollte, es ist auf jeden Fall ein Job, der immer viel Spaß macht, der nach vorne denkt und also, da bereue ich nichts. Vielen Dank, Peter Voss und wir machen weiter. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wenn wir diesen Emissionshandel machen, habe ich Sie richtig verstanden? Sie haben gesagt, der Emissionshandel muss eigentlich ausgeweitet werden auf andere Wirtschaftsbereiche, auch auf den privaten Bereich und wenn ja, auf welche Wirtschafts- und private Bereiche? Auf alle Bereiche. Auf alle Bereiche. Auf den Verkehrssektor, den Wärmesektor, die Landwirtschaft. Sie haben dann noch die Abfallwirtschaft, die aktuell nur ein Teil drin ist, die würde ich jetzt mal gerade zur Erklärung ausklären. Und auf alle Treibhausgase. Also im Moment sind die meisten Treibhausgase, es gibt ja neben dem CO2 gibt es ja noch Methan und Blachgase, ein paar Edelgase und so dazu. Und wir sind der Meinung, wenn wir ein einheitliches Instrument haben, das nicht das einzige Instrument sein darf. Nur ein einheitliches Instrument, um das wir herum dann andere Sachen designen. Also für uns steht zwar der Emissionshandel und das CO2-Limit im Vordergrund als quasi Rückgrat der Klimapolitik, aber Sie müssen natürlich dann dafür sorgen, Sie müssen darüber nachdenken, wie Sie zum Beispiel Netzausbau anreizen können, jetzt mal auf der Energieseite. Sie müssen Steuern und Umlagen so reformieren, dass zum Beispiel die Umwandlung in Wasserstoff, jetzt Offshore-Wind mal als Beispiel genommen, aber auch Onshore-Wind, dass das möglich wird. Sie müssen dafür sorgen, dass Sie zum Beispiel, man kann darüber nachdenken, Strom-CFDs zu nutzen, Entschuldigung, Strom-Contracts for Difference dafür zu nutzen, Anreizmodule zu schaffen, wenn es an einigen Stellen im Ausbau noch hat. Wir leben ja nicht auf einer grünen Wiese, sondern auf einer grünen Wiese, auf dem Whiteboard würde der Emissionshandel völlig reichen, da bräuchten Sie gar nichts anderes. Aber es gibt ja viele Marktregulierungen, es gibt die Europäische Union, es gibt gemeinsame, auch internationale Energiemärkte, vor allem Primärenergiemärkte und die müssen zusammenspielen und da muss man natürlich eine kluge und einfach pragmatische Lösung dafür finden. Die Steuerungswirkung habe ich dann dadurch, indem ich die Anzahl der CO2-Zertifikat oder Verschmutzungsrechte durch internationale oder staatliche Festlegung reduziert wird, Stück für Stück. Genau. Und zwar nicht, also nicht, wir verhandeln jedes Jahr neu darüber, wie jetzt im Moment, sehen Sie ja bei der CO2-Steuer, da sagt der eine, wir brauchen 10 Euro, der nächste sagt 25, dann kommt einer mit 60 Euro, sondern ich lege staatlich fest, wie viel Senkungsfahrt, also wie viel Prozent weniger pro Jahr brauche ich, um auf Netto-Null zu kommen. Und das wird einfach einmal linear festgelegt und dann geht das runter. Kurz für die Zuschauer, die beim Thema Emissionshandel jetzt noch nicht so tief drin sind, der Emissionshandel basiert eigentlich auf der Gedankenüberlegung, dass man sagt, der Preis für CO2 wird so hoch, das heißt, die Verschmutzungsrechte werden so teuer, dass es sich eher lohnt, Anlagen für erneuerbare Energie aufzubauen, um preisgünstige Energie zu haben und nicht teure Zertifikate nutzen zu müssen. Ist das richtig zusammengefasst? Genau. Ergänzt noch mit dem Punkt, es gibt ein CO2-Limit. Sie können nicht unendlich viel CO2 ausschossen. Wenn ich heute ein Stahlwerk neu plane, weiß ich, 2040 wird es unglaublich viel weniger CO2-Zertifikate am Markt geben. Wenn ich also heute ein Stahlwerk plane und weiß, okay, das wird mal richtig viel CO2 ausstoßen, weil ich es immer noch mit Kohlekoks betreibe, dann weiß ich, im Emissionshandel ist, dadurch, dass es verboten ist, ab 2040 eine gewisse Menge X auszustoßen im Gesamtmarkt, wenn ich aber jetzt schon weiß, dass ich dann wahrscheinlich mehr Zertifikate brauche, dann werde ich Strafe dafür zahlen. Und zwar nicht nur den CO2-Preis, der aktuell besteht, sondern so Strafe, dass es dann auch wehtut. Das heißt, wenn ich heute weiß, 2040 gibt es keine Zertifikate mehr, ist die Menge niedrig, dann weiß ich auch jetzt schon, ich brauche ein neues, anderes, besseres, CO2-neutrales Stahlwerk. Akzeptanz der Energiewende ist ja so ein Thema unserer heutigen Sendung und ich bin verbunden mit Klaus Ehling. Er ist Vorstand beim Verein Münsterland e.V. und dort bemüht man sich sehr um die Akzeptanz der Energiewende. Klimaland ist das Stichwort, was man aufgerufen hat. Dazu kommen wir gleich. Herr Ehling, kurz ein Wort bitte zum Münsterland e.V. Was macht der Münsterland e.V.? Der Münsterland e.V. organisiert regionale Zusammenarbeit zwischen den wichtigsten Akteuren der Region. Das sind natürlich die 66 Städte und Gemeinden. Das sind aber auch Organisationen wie die Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer, Landwirtschaftskammer und aber auch ca. 200 Unternehmen aus der Region, die hier mitarbeiten. Und wir machen das schwerpunktmäßig für die Bereiche Wirtschaftsförderung, Tourismusförderung und Kulturförderung, aber auch so Themen wie informelle Regionalentwicklung, also gemeinsame, übergreifende Themen, Mobilitätsentwicklung, solche Themen. Immer dann, wenn es regional wird, sind wir in der Regel mit dabei und versuchen die Akteure in der Region zusammenzubringen. Ich möchte Ihnen schon mal vorab einen Besuch auf der Webseite von Münsterland e.V. empfehlen. Das lohnt sich wirklich, denn dort wird der Ansatz des Klimalandes sehr gut erklärt und es gibt auch sehr viele Veranstaltungen und Aktionen dabei. Sie wählen mit dem Begriff Klimaland einen tollen Ansatz, finde ich. Normalerweise wird ja auch immer gesagt, oh ja, Windenergie, da könnte die Bevölkerung was dagegen haben und die Akzeptanz ist vielleicht gar nicht so gut. Wir haben im Verlauf unserer Sendung für den Landesverband Erneuerbare Energien festgestellt, dass es eigentlich gar nicht so viel Widerstand und Kritik an der Windenergie gibt, dass man die Leute im Münsterland sehr gut mitgenommen hat. Was Sie aber sehr cool, sag ich einfach mal, machen, Sie integrieren die Windenergie ganz positiv unter dem Oberbegriff Klimaland. Was ist das Klimaland und wie integrieren Sie da das Thema Windenergie? Also das Klimaland sind die Menschen in der Region, die machen das nämlich hier und die machen das aus und jeder muss dazu seinen Beitrag leisten. Und letzten Endes spielt da mal natürlich die Windenergie eine herausragende, eine große Rolle. Wenn wir energieautark werden wollen, können wir nicht ohne Windenergie arbeiten. und weitere Möglichkeiten der regenerativen Energieerzeugung sind natürlich auch mit dabei. Also zum Beispiel das Thema Photovoltaik oder auch was wir hier in der Region auch haben, sind beispielsweise ja auch Biogasanlagen, die gut funktionieren, die eben alle in der Kombination dazu beitragen sollen, dass wir energieautark wirtschaften können. Aber letzten Endes kommt es dann auf den Einzelnen an. Es kommt darauf an, wie er sein Haus baut, wie er letzten Endes sein Leben gestaltet, ob er bei der Ernährung regionale Wertschöpfungsketten unterstützt und entsprechend einkauft und damit dazu beiträgt, auch an der Stelle Ressourcen zu schonen und so weiter. Und da versuchen wir eben in der Region wahrnehmbar zu machen, dass nicht ein Ding alleine funktioniert, sondern dass es insgesamt gut harmonieren muss, damit es funktioniert. Sie machen ja sehr deutlich, dass Energiewende und alles, was dazu gehört, Information und Aufklärung braucht. Und darum bemühen Sie sich ja sehr unter dem Stichwort Klimabildung. Was bedeutet das? Was bieten Sie unter der Klimabildung an? Also unter Klimabildung bieten wir Informationen an, eben sehr barrierefrei, leicht zugänglich für auch bereits sehr junge Menschen, aber auch natürlich für Erwachsene. Eigentlich aus unserer Sicht sehr gut aufbereitet, leicht zugänglich, so, dass man also Best-Practice-Beispiele leicht finden kann, dass man entsprechende Informationsangebote leicht nutzen kann über unser Datenportal. Also wir haben versucht, die Dinge so zueinander zu bringen, dass man an einem Ort sich komplett informieren kann und dann eben aber auch altersgerecht. Also Klimawandel beziehungsweise Klimawandel-Vorsorge und aber auch Energiewende, das muss ja eigentlich schon in der Wege beginnen, damit es dann nachhaltig auch funktioniert. Und deswegen sind uns junge Menschen an der Stelle besonders wichtig. Klaus Ehrling hat das Stichwort schon gebracht, Best-Practice. Über Ziele kann man viel reden, aber Best-Practice ist besser, weil da kann man schon zeigen, was funktioniert. Was zeigen Sie denn so als Best-Practice-Beispiele in der Klimabildung? Also ich will mal was Großes und was Kleines nennen, weil beides gleich wichtig ist. Das große Thema ist beispielsweise die Klimakommune Saarbeck, die bei uns im Münsterland liegt und die es geschafft hat, über einen Bioenergiepark, der dort ein altes Militärgelände entsprechend nutzt, nicht nur die Stadt, die Gemeinde klimaautark umzugestalten, sondern wo es auch geschafft worden ist, sozusagen ein Mehrfaches davon zu erreichen, über Windkraftanlagen, über Photovoltaikanlagen, über Unternehmen, die in diesem Bereich auch tätig sind. Es siedelt sich beispielsweise jetzt gerade ein bundesweit bedeutendes Unternehmen an, das Elektrolyseure produziert für die Erzeugung von Wasserstoff. All solche Themen sind dort versammelt. Das ist eigentlich ein Riesending, das auch inzwischen nicht nur bundes-, sondern europaweite Bekanntheit erlangt hat. Aber es sind eben auch die kleinen Dinge, die dafür stehen, dass diese Region wahrnehmbar für Klimaschutz steht. Das endet letzten Endes dort, dass wir in den Städten und Gemeinden, in vielen Städten und Gemeinden inzwischen Lastenfahrräder zum Beispiel subventionieren, damit die Menschen zum Einkaufen nicht mehr ihr Auto nehmen müssen und damit zur Arbeit fahren, zum Einkaufen fahren können, Entschuldigung. Und ein ganz wichtiges Thema beispielsweise ist auch das Thema der Mobilität im ländlichen Raum. Unser Ziel ist ganz klar in der Region, dass wir den hier ja noch häufig vorhandenen Zweitwagen nicht mehr brauchen und den öffentlichen Personennahverkehr aber dann auch so attraktiv gestalten, dass es Spaß macht, ihn zu benutzen. Nur dann wird er auch benutzt werden und auch nur dann werden junge Menschen zum Beispiel in der Region bleiben, weil sie eben Mobilität bekommen können, auch im ländlichen Bereich, ohne ein eigenes Auto selber kaufen zu müssen. Also unser Ziel ist es, zu erreichen in dem Bereich Mobilität beispielsweise, dass wir dort Metropolen wie Berlin letzten Endes gleichrangig sind und das gleiche Angebot bieten können im öffentlichen Personennahverkehr. Was ich am Münsterland e.V. ja eigentlich auch ziemlich gut finde, ist, dass Sie als Regionalverband ja auch die Wirtschaft mit einbeziehen. Und was ich auch am Konzept gut finde, das habe ich am Anfang gesagt, Sie versuchen das Thema Klimaschutz ja positiv zu belegen. Sie sagen ja nicht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, es ist furchtbar, wir dürfen nicht mehr und geht alles nicht mehr und Einschränkungen, sondern Sie zeigen ja gerade auf Ihrer Webseite, was es für ein Gewinn ist, wenn eine Region Klimaschutz macht und belegen das sozusagen positiv. Wie empfinden Sie das bei der Wirtschaft? Betrachtet die Wirtschaft Ihre Bemühungen für den Klimaschutz als Belastung oder lassen Sie sich in den positiven Drive so langsam mit einbeziehen? Wir nehmen die Wirtschaft an der Stelle sehr gut mit. Insbesondere deshalb, weil die Unternehmen im Münsterland, da sind ja zumeist so kleine und mit nur unter den Familienunternehmen, ich könnte Ihnen keinen Konzern im Münsterland ansässig nennen und Sie dann schon gar nicht, gibt es nämlich auch nicht, sondern es sind ja eben vorwiegend Menschen, die in der Region verwurzelt sind, die diese Unternehmen leiten und betreiben, übrigens sehr erfolgreich betreiben. Wir sind die wirtschaftlich mit erfolgreichste Region in Nordrhein-Westfalen, haben die geringste Arbeitslosenquote in der gesamten Region im ganzen Land und eine sehr, sehr gute Entwicklung, insbesondere seit den 70er, 80er Jahren, haben so die Textilgebiete, die Krise bewältigt und all das. Und das heißt eigentlich, dass so die Unternehmen, die Wirtschaft mit der Region sehr gut mitschwingt, wenn ich das so sagen darf. Das sind nicht fremde Leute, die hier reinkommen, sondern die sind hier mitten im Leben, mitten in der Gesellschaft. Und hinzu kommt noch, dass wir einen erheblichen Fachkräftemangel haben und wir natürlich und auch die Unternehmen bemüht sein müssen, Menschen zu gewinnen, die in diese Region kommen wollen und die hier natürlich dann sich die Frage stellen müssen, gehe ich in diesen Lebensraum? Ist ja attraktiv für mich. Und das wissen die Unternehmen, dass das eine ganz entscheidende Rolle spielt bei Lebensraumentscheidungen. Und daher ist auch das Interesse der Unternehmen groß, dass die Region als solche insgesamt attraktiv ist, attraktiv bleibt, auch die Naturverbundenheit der Menschen, die wir hier haben, weiterhin eine große Rolle spielen soll, damit der Lebensraum Münsterland attraktiv bleibt, aber auch noch an Attraktivität weiter gewinnt. Wir wissen und die Unternehmen wissen das natürlich auch, wir kriegen keine Menschen in die Region, die unbedingt in einer Metropole leben wollen, weil wir natürlich keine Metropole sind. Aber unser Ziel, unser gemeinsames Ziel auch mit dem Unternehmen ist, dass die Menschen begreifen und so versuchen wir die Marke Münsterland auch wahrnehmbar zu machen. Wenn ich nicht in einer Metropole leben möchte, dann kann es eigentlich nur das Münsterland geben. Und von daher ist das ein gemeinsames Interesse, auch die Energiewende, die Stärkung regionaler Wirtschaftsketten, das Thema Nachhaltigkeit, also nachhaltiges Wirtschaften auch in der Region positiv weiterzuentwickeln. So, jetzt bin ich mal gespannt, was unsere Jury sagt. Jetzt bitte ich mal um die Wertung mit den Karten. So, zwei gelben, jetzt freut er sich natürlich, weil er von der FDP ist, aber es ist keine rote Karte. Anton Wissing, EEG brauchen wir nicht mehr, sagt Herr Köhler. Da habe ich gedacht, Herr Wissing, Sie heben sofort ab mit dem Kopf an die Decke. Wie finden Sie das Instrument zu sagen, wir machen Marktwirtschaft statt staatliche Regulierung über den CO2-Emissionshandel. Das EEG brauchen wir nicht mehr. Also ich denke mal, da sind wir gar nicht so weit auseinander. CO2 muss einen Preis haben. Das hat bisher nicht funktioniert und auch nicht ausreichend der Vergangenheit. Und Köhler, Sie hatten ja angesprochen, ja, da ist in der letzten Zeit nicht so viel ausgebaut worden im Bereich der Neuerbahn. Und deswegen hätte ich da einfach die Frage, also wenn wir das eine nur betrachten, den CO2-Handel, wie schaffen wir es denn, den Ausbaufad hinzukriegen? Wirklich dort, ich sage mal, wenn wir gerade mal die Windenergie zum Beispiel haben, wo ja gerade auch, ich sage mal, die FDP zumindest in NRW dazu beigetragen hat, dass wir dort über Abstandsregelungen reden oder auch, ich sage mal, Bayern, die eine 10-H-Regelung schon länger haben. Also wir brauchen Standorte, wo wir Windkraftanlagen brauchen können, damit wir überhaupt irgendwo auch dann vielleicht CO2-Zertifikate anbieten können, um den Nachweis zu haben, dass wir grünen Strom produzieren oder das Unternehmen ist auch letztendlich über Zertifikate dort die CO2-Emissionen damit abdecken kann. Wie wollen Sie den Ausbaufad sicherstellen? Wenn wir Abstandsregelungen haben, wenn wir das Thema Artenschutz haben, wenn wir das Thema nein, bloß nicht im Wald rein mit den Windkraftanlagen und das sind alles Themen, wir kommen ja jetzt aus Nordrhein-Westfalen, die uns die aktuelle Landesregierung, ja, ich sage mal, dort sehr viele Steine im Weg gelegt hat. Ich kann Ihnen die Situation in Bayern besser beschreiben als in Nordrhein-Westfalen, aber vielleicht zwei Gedanken dazu und die Art und Weise, wie wir das vor allen Dingen regeln wollen. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass man Abstandsregelungen einführt. Es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass es diese Diskussion sozusagen in jeder Kommune, wo man eine neue Windkraftanlage errichten will, geführt wird. Es kommt ja nicht daher, dass irgendein Politiker sagt, Mensch, ich finde irgendwie, ich finde irgendwie, erneuerbare Energien sind doof oder ich finde irgendwie Windkraft doof, sondern es ist meistens ja so, dass die Leute vor Ort sagen, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht auf Windkraftanlagen schauen, ich möchte die nicht bei mir im Wald haben oder man diese Diskussion um Zielkonflikte, Naturschutz hatten Sie ja gerade angesprochen, geführt. Und ich glaube, und dafür schlagen wir verbesserte Regulare vor. Wir müssen dringend, meiner Meinung nach, unserer Meinung nach, an die Planfeststellungsverfahren ran. Weil es kann nicht sein, dass also zwei Sachen, die eine Akzeptanzfrage und die andere Frage, wie schnell bauen wir eigentlich wo neue Energieanlagen. Sie wissen selber besser als ich, dass im Moment roundabout 1100 Anlagen in deutschlandweit in Planfeststellungsverfahren hängen, in Klageverfahren hängen. Also jede Menge Windenergie gerade nicht zugebaut wird, noch nicht mal wegen Abstandsregeln, sondern vor allen Dingen, weil die Leute sich vor Ort dagegen beklagen. Das ist übrigens ja kein Phänomen, das sie nur bei der Windkraft haben. Das haben sie auch, wenn sie eine Stromtrasse bauen, das haben sie, wenn sie eine Autobahn bauen, das haben sie egal in jedem Bereich. Wenn es vor Ort konkret wird, sagen die Leute erstmal, bin ich vor Ort. Diese Frage, glaube ich, und da normalerweise im Wahlkampf kritisiert man ja jede Bundesregierung so hart wie möglich. Das möchte ich aber an einer kleinen Stelle nicht tun, weil ich glaube, dass der Ansatz nicht verkehrt ist. Die Bundesregierung fördert ja jetzt in der Neuauflage des EEGs, meiner Meinung nach ist das insgesamt kein gutes Paket, aber an einer Stelle machen sie es richtig, nämlich sie sagen, Bürgerinnen und Bürger, Kommunen, die akzeptieren, dass Windkraft bei ihnen gebaut wird, müssen an den Kosten beteiligt werden. Und ich glaube, dass die Einbindung der Menschen vor Ort mit über bessere Planfeststellungsverfahren, die kürzer, aber prägnanter, schneller und einfacher laufen und die Kopplung daran, dass die Menschen davon profitieren, dass die Menschen direkt sehen, die Erneuerbaren bringen ja auch auf dem Land was und sind nicht nur für die Großstädter gedacht, dass das dazu führt, dass man dann auch einfache Anlagen ausschaut. Wir setzen uns in Bayern schon lange gegen die 10-H-Regel ein. Thomas Voss hat auch die gelbe Karte gezeigt. Herr Voss, warum haben Sie die gelbe Karte gezeigt? Fangen wir mal mit den positiven Punkten an. Der CO2-Handel mit dem Deckel und das vor allen Dingen sektorübergreifend zu denken, ist etwas, was ich definitiv unterstütze. Wir wollen die Sektorenkopplung, wir wollen zumindest ein bisschen in die Richtung All-Electric gehen und da müssen wir im Prinzip ein Gesamtsystem denken und diese Aufteilung in verschiedene Sektoren, wie es im Moment ist, funktioniert in Zukunft einfach nicht. Das hemmt an verschiedenen Stellen auch Technologien voranzubringen. Das ist schon mal ein guter Grundgedanke aus meiner Sicht. Am Ende hängt es immer an den Details, was passiert bei einem Brexit beispielsweise, haben wir jetzt gerade, was passiert mit den Zertifikaten, kommen die einfach wieder mit in den Markt, verfälscht das Ganze dann oder werden die rausgenommen. Das sind dann Details. Wo ich ein bisschen stocke, ist die Abschaffung des EEGs. Das EEG hat zum einen, wie Sie das ja auch sagten, die Technologien vorangebracht. Zum anderen hat es aber auch dazu geführt, dass es zumindest in vielen Regionen in Deutschland zu einer Demokratisierung der Energieerzeugung geführt hat. Das heißt, Anton Wissing ist ein gutes Beispiel, betreibt seinen Windpark vor Ort und er macht das so, er betreibt ihn so, er plant ihn so, dass er auch noch weiterhin gut aufs Schützenfest gehen kann, ohne dass ihm da einer an der Theke blöd anmacht wegen seinem Windpark. Ich hoffe, das ist noch nicht passiert. Und dieser Faktor droht mir da wegzufallen in dem Moment, weil ich befürchte, dass ein CO2-Zertifikatehandel dann was wird, wir kriegen das in der Energiewirtschaft bei den Erneuerbaren immer mehr mit, dass es immer bürokratischer wird, immer komplizierter und so ein gerade noch europäischer oder weltweiter Zertifikatehandel wird dann sehr komplex und das ist die Frage, können das noch kleine Akteure, die vor Ort sind oder können das dann nur noch die Großen, die dann wirklich sich da mit Manpower aufstellen können, dann ist es natürlich gut, dass sich die Kommunen und die Bürger vor Ort finanziell beteiligen können. Das hat aber dennoch einen anderen Wert, wenn da die Akteure vor Ort sind, wo ich dann hingehen kann und sagen kann, diese Anlage, die ist tonal, ich kann nachts nicht schlafen, könnt ihr euch da mal drum kümmern. Das ist ein anderer Faktor, als wenn ich dafür nach Essen fahren muss, zur Energy Zentrale und mich der Vorstellung versuche, irgendwie reinzukommen. weil da letztendlich die Anlage Geräusche von sich gibt, die behoben werden können. Das ist ein Punkt, den sehe ich jetzt noch nicht. Also die Bürger vor Ort auch als Personen mitzunehmen, das fürchte ich fällt dabei weg. Da wäre die Frage, haben Sie da Konzepte, wie wollen Sie da vorgehen, abgesehen von einer gesetzlichen Beteiligung im finanziellen Rahmen. Der andere Punkt ist, der mir gut gefallen hat, er kam auch nur kurz, das Thema Entgelte reformieren. Auch als Windpark, auch als kleiner Windparkbetreiber, wir im Münsterland haben zunehmend das Problem, Paragraf 51 EEG, negative Preise. Wenn wir Anlagen planen, müssen wir damit rechnen, dass wir bis zu fünf, vielleicht mehr Prozent unserer Umsätze verlieren, werden, weil wir in diesen Zeiten, wo der Preis negativ ist, keine Vergütung bekommen. Und da muss was passieren, dass es zu Lastverschiebungen kommen. Sie sagten jetzt gerade kurz Speicher, aber auch der Verbraucher sich letztendlich anpasst und dafür Anreize hat. Das würde mich interessieren, was da das Konzept ist. Gerne. Vielleicht zum ersten Punkt EEG abschaffen. Das klingt natürlich brachial, aber ich glaube, jedes Instrument hat seine Zeit. und das EEG hatte seine Zeit, als wir sozusagen den Hochlauf ausbauen mussten. Da bin ich total bei Ihnen. Auch was Sie gerade sozusagen an segensreichen Maßnahmen haben. Ich glaube nicht, dass das EEG perfekt war. Jedes Instrument, wenn ich es einführe, hat am Anfang Fehler. Und es hat auch über seinen Verlauf Fehler. Wenn wir Politikerinnen und Politiker einfach so ein perfektes Instrument hätten, bräuchte man uns ja nicht mehr. Deswegen muss man das anpassen. Man muss flexibel und besser werden. Aber in einer Welt, in der die Erneuerbaren den Ton angeben, beziehungsweise den Preis angeben, ist das EEG ja kein Instrument mehr, das dann sozusagen nach oben drauf gesetzt wird. Ein Instrument, das 20 Jahre lang eine Technologie fördert und dann dafür nicht gesorgt hat, dass die Technologie danach marktreif ist, stellt die Technologie in Frage. Und das darf nicht passieren. Das darf insbesondere bei erneuerbaren Energien nicht passieren. Dass man sagt, das Ding läuft jetzt seit 2000 und es hat nicht geschafft, dass wir günstig genug geworden sind, um das umzusetzen. Das zeigen ja die Marktdaten auch nicht. Wenn Sie sich die Studie der Internationalen Energieagentur angucken, gerade im Solarbereich, da sind Sie ja jenseits jeder Preisvorstellung von Fossilien. Egal, ob in Wind oder Solar. Von daher tut es das auch nicht. Aber deswegen glaube ich, das ist ja auch kein cooles Instrument mehr der Zukunft. Das hat man so, als ich gerade Abi gemacht habe, da hat man so darüber diskutiert, was es jetzt bringt. Der zweite Teil, natürlich ist die finanzielle Beteiligung ein relevanter Faktor. Aber was wir tun wollen, ist den Kommunen die Hoheit für den Ausbau geben. Und wenn eine Kommune sagt, ich will, dass das Ding gebaut wird, dann muss auch eine Kommune dafür sorgen können, dass sie eben genau die Fragen, die sie geklärt haben, also so eine Art von Grievance-Mechanismus, ein Mechanismus, wo man sich beschweren kann, mit einbaut. Wenn eine Kommune sagt, ich will keine Windkraftanlage, dann ist das auch fein. Das muss man akzeptieren. Weil ich glaube, dass man gegen die Bevölkerung keinen erneuerbaren Ausbau macht. Und dann verliert man schneller Akzeptanz, als man schauen kann. Ich glaube aber auf der anderen Seite, dass diese Akzeptanz schneller und besser wird. Ich glaube, dass es aktuell bei vielen Leuten ein Nachdenken gibt. Aber nur mit den Bürgerinnen zusammen. Nur mit Leuten wie Ihnen, ich kenne Ihren Windpark leider nicht, vielleicht kann ich ja mal vorbeikommen. Nur mit Leuten wie Ihnen, die aufs Schützenfest gehen können und auch aufs Schützenfest gehen und sagen, hier ist mein Windpark, Leute, lasst uns doch mal drüber reden. Nur so funktioniert das. Und ich hoffe, Sie klopfen nicht, weil Sie mir... Letzter Punkt, Netzentgelte. Wir müssen den Energiemarkt revolutionieren. Das ist eigentlich für Politiker total spannend. Aber wenn Sie sich vorstellen, dass wir aktuell 26 Gesetze und 33 Verordnungen haben, die ineinander greifen und den Strompreis bilden, dann weiß ich doch jetzt schon, dass das einfach so absurd breit geworden ist, dass da niemand mehr mitkommt. Wir müssen es billiger machen, in Speicherung zu gehen. Wir müssen Flexibilitäten in den Märkten einbauen. Wir müssen auch belohnen, wenn sich jemand marktdienlich verhält, wenn er besser wird, wenn er sich schneller anpassen kann. Wir brauchen ein Smart Grid. Wir müssen, wir sitzen als FDP ja massiv auf Digitalisierung, das ist ein ganz großes Anliegen von uns, auch wenn wir über die Strommärkte nachdenken. Und da bieten ja auch Batterie, elektrische Autos zum Beispiel, gerade für so Spitzenglättungen, Riesenchancen. Die Idee von Heimspeicherung, also, wie gesagt, nicht Heimspeicherung, also Speicher zu Hause quasi, Heimspeicher zu sagen, die koppel ich bis aktuell sinnvoll mit meinem E-Auto oder mit meiner Wasserstoffheizung oder was auch immer und meiner Solaranlage und biete das aber dann auch noch im Netz an als Dienstleistung. Das ist doch die marktbestimmende, spannende Zukunft, in die wir rennen. Sie wollten noch kurz, Jury bitte. Ja, vielleicht nochmal, Sie sagen ja, Sie kommen ja jetzt nicht aus Münsterland, aber in Münsterland kann man sagen, und wir sind im Land Nordrhein-Westfalen, glaube ich, Spitzenreiter in der Erzeugung im Bereich der Erneuerbaren und auch aus den beiden Landkreisen, wo wir kommen, Kreis Steinfurt, Kreis Borken, sind wir im NRW unter den Top 3, die den Ausbau der Erneuerbaren in den letzten Jahren sehr stark vorangetrieben haben und das haben wir geschafft, indem wir die Bürger mitgenommen haben und vielleicht nochmal zur richtigen, ich betreibe ihn nicht, sondern wir Bürger betreiben ihn, sind Bürgerwindparks, die wir bei uns vor Ort machen und wir brauchen, wenn wir so etwas machen, brauchen wir eine gewisse Investitionssicherheit. Und da gibt uns das EEG aktuell ein paar Rahmenbedingungen. Wir sind ja schon lange nicht mehr an der Stelle, dass wir sagen, es gibt irgendeinen Preis, der steht fest, sondern man muss ja in die Ausschreibung gehen und das auch im Bereich Photovoltaikanlagen bei den größeren Anlagen. Wobei, ob das bei den kleineren Anlagen wirklich Sinn macht, ist die Frage, weil es dann keiner mehr macht, den ganzen bürokratischen Aufwand. Das heißt, wir brauchen eine gewisse Investitionssicherheit und kommen Sie gerne mal ins Münsterland, auch mit Ihnen Kollegen aus dem Münsterland oder so, wir können unser Windpark mal besuchen und da können wir Ihnen das auch noch mal beibringen, dass es auch geht, dass wir die Akzeptanz hinkriegen. Also ich würde mal behaupten, dass wir in Münsterland eine sehr, sehr hohe Akzeptanz haben, eben durch die Dinge, wie wir es machen und nehmen auch die Bürger mit. Und deswegen brauchen wir, und ich komme nochmal auf das Thema zurück, wir brauchen Standorte, gerade im Windkraftbereich. So, und die Diskussion, die wir jetzt haben, die ja, ich sage mal, okay, die andere aktuelle Bundesregierung ja, über das Wirtschaftsministerium ja angestoßen hat, pauschale Abstände über ganz Deutschland, wurde ja jetzt in die Länder delegiert und in Nordrhein-Westfalen wird zum Teil dann bis auf die Kommune delegiert und da stehen dann die einzelnen Bürgermeister und die Lokalpolitiker dann, ich sage mal, davor und müssen das den Bürgern wieder beibringen, warum sie denn jetzt doch eine Zone machen wollen, weil sie könnten ja größere Abstände zu Windkraftanlagen beschließen. Und das ist, glaube ich, die falsche Diskussion. Also neben dem Emissionshandel, wo wir vielleicht gar nicht so weit auseinander sind, müssen wir trotzdem Instrumente haben, wie wir den Ausbaupfad hinkriegen, wie wir möglichst die Konflikte, die da sind, vielleicht auch von Region zu Region sehr unterschiedlich, wie wir die begegnen und nicht einfach das EEG abschaffen. Das EEG hat ja auch noch, regelt ja auch noch andere Dinge. Netzzugang. Also wenn wir das EEG nicht hätten, würden wir wahrscheinlich heute unabhängig von den Preisen, die man für den Strom erzielen kann, wird es schlecht aussehen. Wir haben so schon reichlich zu tun, damit wir die Anlagen ans Stromnetz kriegen. Noch haben die Erneuerbaren dann Vorrang und es wird auch über das EEG geregelt. Also das sind Dinge, die dann auch gelöst werden müssen. Wenn man einfach sagt, wir schaffen mal einfach ein EEG an. Ich gebe Ihnen recht, das EEG ist mittlerweile viel zu komplex. Also wir als kleinen Bürgerwindpark, ohne Rechtsbeistand, die sich wirklich intensiv Tag für Tag sich mit diesen Gesetzen auseinandersetzt. Und dann gibt es wieder ein neues EEG mit Übergangsregelungen und, 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 und. Also da blickt keiner, also ein normaler Mensch, glaube ich, nicht mehr durch, wenn er nicht, ich sage mal, ein Jura-Studium hinter sich hat. Da gibt es auch zwei. Ich spreche mit Karl-Heinz Zurholt. Er ist schwerer Aktivist der Energiewende. In seinem Hauptberuf ist er, ich lese das mal vor, Geschäftsführer und Gesellschafter der Mülldeponie Altenberge GmbH und Co. KG. Und da fing er schon an, er setzte frechene PV-Anlage auf die Mülldeponie obendrauf und gleich noch zwei Megawatt. Das ist richtig viel. Zehn Jahre später stieg er dann mit dem Betrieb von einer Windenergieanlage in die Windenergie ein und gründete im Jahr 2002 den Windpark an der Landwehr und hat dort 13 Enercon E66 Windräder mit aufgestellt. Dort ist er bis heute Geschäftsführer. Darüber hinaus ist er Mitinitiator und Geschäftsführer von verschiedenen Kleinprojekten mit insgesamt fünf Enercon E70 Windrädern und er ist auch noch Mitinitiator der Energielandwerke und hat außerdem verschiedene Einkaufsgemeinschaften für den Kauf von Windenergieanlagen Mitinitiiert. Also Herr Zurhold, Sie haben ja zumindest die Bezeichnung als widerspenstiger Staatsbürger damit verdient. Sie machen die Energiewende vor Ort. Sie sind Akteur. Ganz vorneweg, wir sprechen gleich über die Akzeptanz der Energiewende und die Schwierigkeiten. Hatten Sie zu viel Zeit? Hatten Sie nicht genug Ärger im privaten Leben? Warum machen Sie Energiewende? Entstanden ist es eigentlich mein erstes Windrad aus der Not heraus, weil die Deponie sollte mal geschlossen werden. Da habe ich gedacht, okay, irgendwie brauchst du noch Einnahmen für die Zukunft. Ja, und dann kam die erste Windradplanung. Dann kamen die Nachbarn und haben gesagt, Kalli, wer schon ein Windrad plant, der kann auch noch ganz viele planen. Daraufhin ist ein Gemeinschaftsprojekt entstanden mit den 13 Windkraftanlagen. Ein Netzwerk, weil man Anlagen muss man ja auch einkaufen, also kauft man, bildet man diese Einkaufsgemeinschaften. Man lernt wiederum andere Leute kennen, die gleiche Interessen haben. Ja, und so ist praktisch über die letzten 20 Jahre ein umfangreiches Netzwerk entstanden. Und ja, wenn man sich einmal sozusagen vorgewacht hat, wird man auch immer wieder eingefangen. Ja, sehr frech alles von Ihnen. Es wird ja immer viel von der Akzeptanz der Energiewende bei den Bürgerinnen und Bürgern gesprochen. Es wird immer gesagt, ja, Freiflächenanlagen für PV schlecht, versiegelt die Landschaft, Windräder, da gibt es wahnsinnig viele Einsprüche der Bürger und Bürgerinnen. Stromnetzbau, viele Einsprüche der Bürgerinnen und Bürger. Ich habe vor kurzem einen ZDF-Bericht gesehen, wo die ganzen Projekte vorgestellt wurden für Netzausbau und nur bei den wenigsten Projekten gab es überhaupt irgendwelche Einsprüche. Ich habe immer so den Eindruck und in Ihrem Beritt sind ja auch viele Windenergieanlagen. Ich habe immer den Eindruck, der angebliche Widerstand der Bürger gegen Anlagen für die Erzeugung erneuerbarer Energien ist gar nicht so groß. Wie ist denn Ihr Eindruck? Bei uns in der Region muss ich sagen, hält sich das sehr, sehr stark in Grenzen. Teilweise ist es auch mal wirklich ganz lustig. Dann hat man eine Versammlung da sitzen, da sitzen 100 Bürger und dann hat man drei, die dagegen reden und dann kommt irgendwann aus dem Publikum, Willi, jetzt halt mal die Klappe, stellt euer Projekt vor. Genau, und ich habe manchmal, an manchen Stellen haben wir ja auch schon mal massiven Widerstand gehabt in einer Kommune und da fällt dann auf, dass man eine kleine Gruppe hat, die unter Umständen sehr stark vernetzt ist und die der Kommunalpolitik da wirklich den Bären aufbindet oder die massiv unter Druck setzt und die große Mehrheit schweigt. Das ist mal das große Problem. Man hat also praktisch die Leute, die Akteure. So, und dann hat man eben ganz viele, die, ich sage mal, über Internet, ich sage mal, wir haben es jetzt mit Corona erlebt, ist mal infraschall. Irgendwelche wilden Sachen werden in den Raum geschmissen, die die Leute, gerade infraschall, die verstehen die nicht, man riecht es nicht, man schmeckt es nicht, man hört es nicht. Da kann man immer schön Ängste mitmachen, wie früher mit dem Handy. Da ist Strahlung, die ist böse. Und ich sage mal, mit diesen unbekannten Ängsten wird dann also sehr geworfen, aber viele sagen, ach nee, also das, was ihr da umgesetzt habt, ist so toll und die begeistern sich vor allem mit der Identifikation in den letzten Jahren über Friday for Future. Entsteht ja auch ein grünes Gewissen und die Leute sagen, super, will ich mitmachen. Man wird ja mal gesagt, man muss die Leute einbeziehen, die Kommunen müssen auch Geld verdienen bei diesen ganzen Projekten. Ich persönlich weiß nicht, ob man den Leuten immer Geld versprechen muss, aber wie schaffen Sie denn die Akzeptanz in der Region, wenn Sie etwas machen? Wie gehen Sie denn auf die Menschen dort zu? Offen. Also wirklich, man fängt ganz klein an, versucht erstmal die Grundeigentümer unter anderem gut zu bringen, damit nicht, ich sage mal, der Wettbewerb entsteht, wo kann ich mehr Geld machen oder also erstmal eine ganz kleine Gruppe einfangen und so, wenn die gesagt haben, okay, wir gehen jetzt diesen gemeinsamen Weg, dann macht man den Kreis größer, dann sind die Anwohner dabei, die Politik, dann geht man in die Presse, gibt mal die Mitteilung, hier soll was entstehen und letztendlich, muss ich sagen, gerade hier bei uns im Kreis Steinfurt haben wir ein super Netzwerk, auch vom Kreis. Es gibt ein Büro, wo man sich als Energieland 2050 energieautark stellen will, wo man einfach auch mal in der Öffentlichkeit suggeriert, Leute, die Energie, wenn wir alles, was wir hier selber produzieren, bleibt in der Region, es wird wieder ausgegeben, man kann sich als Kommunitist beteiligen, also da ist also eine unglaubliche Verknüpfung hier und weil wir schon erfolgreiche Modelle hatten, sagt jeder, okay, den Leuten können wir vertrauen. Also vor 20 Jahren, als wir angefangen haben, war natürlich die Möglichkeit oder die Begeisterung nicht so groß oder die Angst, sich überhaupt zu beteiligen und dadurch, dass wir hier gerade im Münsterland so viele erfolgreiche Projekte umgesetzt haben, werden wir inzwischen fast überrannt, also von den Leuten, die sagen, komm, da will ich mitmachen, da finde ich mich wieder, identifiziere mich, das macht Spaß. Unsere Sendung beschäftigt sich ja mit Wahlprüfsteinen, wir wollen ja sozusagen auch ein bisschen formulieren, was wir brauchen, was wir wollen, um Energiewende weiterzumachen. Welche veränderten Voraussetzungen bräuchten Sie denn, um Energiewende verstärkt in der Region machen zu können? Also was mir sehr, das Leben sehr schwer macht, ist diese Springerei in der Politik. Jetzt haben wir in Nordwald nach NRW ja die Diskussion gehabt mit den 1000 Meter Abstand zur Wohnbebauung, hin und her, das verschafft bei den Kommunalpolitikern wieder Unsicherheit, weil die in ihren Planungen nicht weiterkommen, weil die Landesregierung nicht, also weil man nicht weiß, was will, die Landesregierung und es wird also praktisch von der Politik permanent eine neue Sau durchs Dorf getrieben und jeder fragt jetzt, was muss denn jetzt passieren? Kann man nicht einfach mal einen Plan machen und sagen, okay, und lässt ihn mal für eine Zeit stehen? Also dieses, dieses rein aus den Kartoffeln, rein in den Kartoffeln, das ist manchmal eine Katastrophe, also aus meiner Sicht und das macht gerade, ich sag mal, der Kommunalpolitik das Leben auch schwer, vor allem, weil man jetzt ja anfängt von oben alles nach unten zu delegieren auf den einzelnen Bürgermeister und der soll dann entscheiden, was in seinem eigenen Dorf passiert. So und dann, wenn ich dann fünf Schreihelzer habe, dann hat er sofort schon, kriegt er kalte Füße. Also manchmal ist die Politik ja auch natürlich, gerade die Kommunalpolitik, überfordert. Das muss man einfach sagen. Also wir sollen alle möglichen Entscheidungen treffen, die hochkomplex sind, wo es permanent Gerichtsurteile gibt, die sagen, du musst jetzt so entscheiden, du musst wieder so entscheiden, die Entscheidung in der Vergangenheit wieder falsch. Das ist das große Problem. Also irgendwo einfach brauchen wir mal eine Linie, wo wir wissen, okay, da können wir jetzt dann entlangplanen. Wir haben über Jahre Photovoltaik-Module entwickelt, Batteriespeicher entwickelt, Elektromobilität entwickelt. Jetzt haben wir das ganze Zeug. Jetzt ist es rentabel. Jetzt können wir das machen. Es ist sogar preisgünstiger als fossile Energie. Wir haben die ganzen Technologien zur Verfügung und jetzt ringen wir darum, dürfen wir ein Windrad bauen? Ja, Elektromobilität, wo muss ich mich anmelden? Regulierung, Regulierung, Regulierung. Es ist einfach unfassbar, dass wir überhaupt noch über solche Hürden reden, sowas aufbauen zu müssen. Und genau darum kämpfen wir, dass wir einfach Energiewende unkompliziert bürgernah machen können. Und dafür gibt es dann auch so etwas wie die Energielandwerker. Die einzige Waffe, die wir Energiewende-Befürworter haben, ist ja sozusagen, uns zu vernetzen, um die Sachen voranzutreiben. Und genau das sollen die Energielandwerker ja machen. Ja, deswegen. Also selbst für uns wird es immer komplexer. Also wenn wir nicht unsere Netzwerke hätten als Einzelner, versteht man es nicht mehr. Also ich könnte jetzt mal sagen, es versteht aber der breite Öffentlichkeit nicht, Redispatch 2.0. Da geht es um Anlagensteuerung, Einspeisung. So, und da sind Anlagen ab 100 kW von betroffen. Das ist für die Leute, die jetzt nicht irgendwie in der Vermarktung stehen oder sonstige Sachen so kompliziert, da muss man sich fragen, warum muss ich jetzt die kleine Anlage, ich sage mal, die noch irgendwo noch weiterdrehen könnte, so kompliziert machen, der Anlagenbetreiber weiß gar nicht, wie er damit umgehen soll. Da muss man sagen, können wir als Gesetzgeber nicht uns auf die Großen, die zugebaut werden und, und, und. Muss auch die 20 Jahre alte Anlage da umgerüstet werden? Also da könnte man auch Ausnahmen machen, weil die laufen sowieso nur noch 5, 6, 7 Jahre. Muss ich da jetzt noch so viel Geld in die Hand nehmen, um die nach vorne zu bringen? Können die nicht einfach weiterlaufen, solange bis technisch kaputt ist und dann braucht man zurück? Nein, es gibt da neue Anforderungen, jetzt muss ich wieder nachrüsten. Ja, wie mache ich das? Wen finde ich als Dienstleister? Wer hilft mir dabei? Also kompliziert. Also wenn wir unser Netzwerk nicht hätten, ich würde manchmal in die Tischkette beißen. Letzte Frage, ist es nicht eigentlich ein bisschen so, dass sich die Verhältnisse komplett gedreht haben? Ich meine, wir sind ja die Bürger. Wir wählen ja die politischen Protagonisten. Eigentlich sollen die Politiker und Politikerinnen uns vertreten. Eigentlich sind die Ämter und die Verwaltung ja für uns da. Aber eigentlich, gerade bei diesen ganzen Verfahren, was dürfen wir nicht? Wir sind ja als Bürger und Bürgerinnen nur noch da und sagen, dürfen wir das, liebes Amt? Kann ich das machen? Lieber Politiker, liebe Politikerin, lass uns doch mal das Klima retten. Eigentlich ist der Spieß doch total umgedreht in unserer Gesellschaft. Man traut sich nichts. Also das ist ja halt, genau, man muss, also gut, im Außenbereich ist das manchmal so, da wird nicht gefragt, da wird gemacht. Aber das ist halt das große Problem. Wir haben praktisch inzwischen im Kopf eine Bremse, ja, wir trauen uns nichts mehr, weil, gegen welches Gesetz verstoße ich gerade? Gehe ich dafür in den Knast? Kriege ich eine Anzeige? Genau, also, das ist, also, es wird, also, im Kopf sitzt schon sozusagen eine Bremse und man muss den wirklich, ich sag mal, wenn ich beim Kegelfahren sitze oder sonst irgendwie, ne, oder mal anstoßen und sagen, ne, mach doch einfach. So, und dann guck doch einfach mal, diese Kompliziertheit schreckt viele ab. Also viele haben, sitzen da und sagen, super, würde ich auch gern machen, aber ne, wenn ich dann höre, ich muss da noch irgendwie die Antrag stellen und so, ach nee, dann lasse ich es lieber sein. Dann kaufe ich mir die lieber in Strom, statt mal eine PV-Anlage oben drauf zu schrauben. Das ist mir alles zu kompliziert. Zum Schluss eine Frage. Ich möchte Dr. Köhler nochmal die Möglichkeit geben, sich bei den Wählerinnen und Wählern unbeliebt zu machen, unseren Wahlprüfstein. Wir haben gerade über den Emissionshandel gesprochen. Und wenn Sie einen Emissionshandel machen wollen, wenn Sie das als zentrales Instrument benutzen wollen, dann müssen Sie die Bürger und Bürgerinnen in den Emissionshandel mit einbeziehen. Dann heißt, dann muss es auch Verschmutzungsrechte und auch Verschmutzungsgrenzen für die Bürger und Bürgerinnen geben, die ja dann auch durch die Gegend fliegen. Und ich weiß, dass es europäische Konzeptionen gibt, verschiedenste Konzeptionen gibt, auch die Bürger in den Emissionshandel mit einzubeziehen und zu sagen, auch für die Bürger gibt es Grenze der Verschmutzung. Wie sieht die FDP das? Das wäre tatsächlich zu bürokratisch. Wir hatten ja eben sozusagen über die Bürokratien eines neuen Emissionshandels, den die Bundesregierung eingeführt hat, gesprochen. Der ist ja kein Emissionshandel, sondern eine CO2-Steuer. Weil es wird einen Preis pro Tonne festgelegt, der weder das Zertifikat handelbar macht, noch irgendwie eine Obergrenze festgelegt. Das ist das, was die Bundesregierung schon eingeführt hat. Es wirkt seit dem 1.1. diesen Jahres. Und selbst da ist es ja nicht so, dass die Bürgerinnen und Bürger quasi zur Kasse gebeten werden. Weil jetzt jemandem zu sagen, in Deutschland haben wir so einen Pro-Kopf-Verbrauch von 11 bis 12 Tonnen, je nach Rechnung, zu sagen, für diese 11 bis 12 Tonnen musst du jetzt am Ende des Jahres irgendwie Zertifikate nachweisen. Das wäre Wahnsinn. Also zumindestens wir als Partei, die ja wirklich viel gegen Bürokratie tut und die da immer auch sehr scharf darauf achtet, dass die Regeln einfach sind, gut umzusetzen sind. Das würden wir niemals machen. Wir schlagen was anderes vor. Wir schlagen einen sogenannten Upstream-Handel vor. Bei der Industrie und der Energie, so wie es im Moment läuft, ist es einfach, die Akteure, weil es wenige große Akteure sind, wenige in Anführungszeichen, große Akteure sind, mit in einen Emissionshandel einsetzen. Beim Verkehr und insbesondere bei der Wärme wird das aber viel schwieriger, weil ja jeder Auto fährt und jeder eine Heizung oder jedes Mietshaus eine Heizung im Keller hat. Das heißt also, sie nehmen dann diejenigen, die das in den Verkehr bringen, also die Verkäufer von Diesel zum Beispiel. Das ist auch relativ einfach. Ein Liter Diesel hat 2,65 Kilogramm, 6,4 Kilogramm CO2 und jede Raffinerie in Deutschland muss nachweisen, um die entsprechende Besteuerung zu zahlen, muss nachweisen, ich habe im Jahr so und so viele Liter verkauft. Das heißt, ich stelle mir das immer per Excel-Tabelle vor. Ich hoffe, die machen es komplizierter, als es in meinem Kopf ist. Sie haben eine Excel-Tabelle, da wissen Sie, wie viele Liter Sie verkauft haben. Daneben rechnen Sie einfach mit einer Formel mal den CO2-Preis und dann wissen Sie genau, wie viele Zertifikate ein Unternehmen nachweisen muss. Das heißt, Bürgerinnen und Bürger sehen das nur über den Preis. Was aber natürlich stimmt, ist, dass auch in unserem Modell CO2 teurer wird und damit eben zum Beispiel soziale Fragen aufgegriffen werden. Ich hatte ja eben schon gesagt, wir haben ein sehr breites Konzept, wie wir das auch wieder ausbrechen wollen. Vielen Dank, Herr Dr. Köhler. Sie sehen, ein interessanter Mann, von dem wir noch viel hören werden. Er ist auch Geschäftsführer des Zentrums für Umweltethik und Umwelttechnik an der Hochschule für Philosophie in München. Er selber ist Philosoph. Wir müssen die Energiewende, den Klimawandel nicht nur wirtschaftlich, sondern auch ethisch sehen. Und das ist auch sein Thema. Wie gesagt, vielen Dank, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Das war der Wahlprüfstein für die FDP beim LEE-Regionalverband Münster. beim LEE-Regionalverband Münster. beim LEE-Regionalverband Münster. Amen. 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 Amen.